ja moin moin und meddle meine lieben freunde heute möchte ich mal mit euch über reiners neuen blog sprechen den er heute nachmittag veröffentlicht hat bevor wir damit gleich anfangen abonniert bitte auch mal meinen zweitkanal wenn ihr nichts verpassen wollt ich habe bei dem video gestern was ich dann halt auf meinem zweitkanal hochgeladen habe wirklich über zwei stunden versucht dass die verarbeitung also das rendern in sd gar nicht mal die hd version nur halt die sd version hier auf meinem kanal zum laufen zu bringen ich habe es dann irgendwie abgebrochen und dann auf dem zweitkanal hochgeladen weil es macht halt wenig sinn wenn ich das video irgendwie erst um drei uhr nachts online stellen kann wenn youtube da mal so weit ist daher werde ich die längeren videos auf jeden fall dort aus dem zweitkanal jetzt im moment noch hochladen und hier eher die kürzeren videos wie das heutige hier zumindest so lange das problem jetzt noch nicht behoben ist den creator support hatte ich schon angeschrieben der konnte mir aber nicht wirklich weiterhelfen aber ich habe jetzt noch eine andere anlaufstelle mal schauen ob die ein bisschen mehr technikverständnis haben und mir sagen können was hier wirklich schief läuft ich weiß zum beispiel aber auch von mimon dass er auch viele probleme hat im moment beim hochladen und das ewig dauert bei ihm bei einigen anderen hälern geht es aber ohne probleme wie früher vielleicht auch ein shadow bang ich habe keinen plan aber ich bin ganz ehrlich das nimmt einen tatsächlich so ein bisschen den spaß an der ganzen geschichte hier wenn man sich halt ständig mit diesen nebenschauplätzen rum ärgern muss aber naja die meisten haben ja meinen zweitkanal eh schon gefunden und dort geht es zumindest um einiges besser als auf dem hauptkanal hier und daher kommen da im moment halt auch noch videos mal schauen wann wir das problem dann endlich lösen können also gerne auch auf dem zweitkanal ein abo dalassen und wie immer liken radau machen ihr kennt das spielchen damit allen halt diese videos angezeigt werden ok und noch eine andere sache bevor wir mit dem blog loslegen schaut euch noch mal bitte zwei kanäle an die ich euch jetzt hier empfehlen kann zum einen zwei meter zwerg den kennt ihr bestimmt weil den habe ich glaube ich auch schon mal beworben und er macht halt echt wirklich hochwertige drachenlord videos und der hat ein wirklich sehr sehr gutes hörspiel gemacht was ich euch auch mal oben einblenden werde generell wirklich richtig sehenswerter kanal da könnt ihr gerne mal rüberschauen und dann noch es nasse dreieck der hat eine drachenlord parodie von die ritter der kokosnuss gemacht die da heißt die ritter der hagebuddene und in dem bin ich auch enthalten und die ist wirklich richtig richtig gut geworden im moment gibt es davon drei teile ich hoffe da kommt demnächst dann auch noch mal ein teil dazu weil das ist wirklich lustig und ich persönlich als monty python-fan finde das einfach perfekt so ok und dann lasst uns jetzt mal über den blog sprechen und den lese ich euch natürlich wie gewohnt vor zitat täglicher blog 31 metall leute servus und willkommen heute eine nachricht zum anfang ich habe ab sofort wieder twitter die frage ist wie lange der account geht ich tippe darauf dass ich mal wieder als feig gesperrt werde ich weiß ich habe die letzte zeit wieder geschlaucht mit infos und blogs sorry er meint wahrscheinlich geschludert leider ist mein leben gerade etwas komplizierter als ich es gewohnt bin und mit mehr problem es gibt mal wieder alle möglichen menschen die mir steine in den weg legen wollen aber das klappt nicht leider habe ich aber auch nicht viel zeit einen blog zu schreiben gerade ich werde versuchen euch auf twitter paar infos zu geben ansonsten sehen wir mal wie es weitergeht heute abend gibt es wieder einen stream auf dick doc ich weiß aber leider noch nicht wann schaut also drauf bitte für die infos ich poste mindestens eine halbe stunde vorher war nicht streame euer drache zitat ende also rainer hat wieder ein twitter profil finde ich persönlich super allerdings hast du das rainer so eingestellt dass niemand deine tweet sehen kann den du halt nicht frei gibst wenn er dir folgt daher macht das ein bisschen wenig sinn wenn du sagst du versuchst auf twitter ein wenig infos nach draußen zu geben wenn halt niemand die infos sehen kann aber generell ist so ein profil natürlich absolut super dann kannst du ja auch mal mich jetzt direkt anschreiben wenn du mal wieder irgendwelche lügen mir in den kopf hauen möchtest so ersparst du dir dann wenigstens das rendern und schneiden deiner videos ihr wisst ja das ist harde arbeit wobei wenn ich mir die youtube server im moment so anschaue scheint das wirklich gerade harde arbeit für die zu sein aber gut da weiß rainer ja nichts von er ist ja nicht mehr auf youtube egal was mir auf jeden fall noch ins auge gestochen ist bei diesem text ist dass er sagt es gibt im moment halt wieder alle möglichen menschen die halt ihm steine in den weg legen wollen und dass das leben gerade so kompliziert ist und komplizierter als gewohnt und da frage ich mich gerade was er damit wohl meint denn er hatte ja wirklich nächte in der sparkasse verbracht und im moment hat er ja zumindest eine unterkunft irgendwo wieso ist es denn jetzt gerade schlimmer als sonst vor allem warst du gestern im stream auch super gut drauf und total energisch also null anzeigen dafür dass du es im moment halt mit so vielen problemen zu tun hättest auch diese story mit ich habe im moment auch wenig zeit ist sowas wo ich halt den lülikopter wieder aufsteigen höre wenn ich ehrlich bin das klingt für mich eher so ein bisschen nach mir geht so schlecht hier ist meine e-bahn aber wer weiß vielleicht hat er ja auch gemerkt dass die mpu nicht so einfach ist wie er sich das vorgestellt hat oder ist vielleicht sogar schon durch einen versuch durchgerasselt und merkt nun mal wieder dass sein plan des hochausbaus mit on the road leben wieder auf ganz sandigen boden geplant war naja gut ganz so viel gab es nicht was man jetzt in diesem blog eintrag neues erfahren hat und den gestrigen stream werde ich wohl auch nicht komplett besprechen das war irgendwie extrem langweilig außer dass eine dame reiner leberkäs fuß genannt hat und reiner dann auch dachte dass ein gast den er halt eingeladen hatte im stream das erdbärchen sei aber ansonsten gab es auch nicht ganz so viel um ein längeres video draus zu machen schauen wir mal wie es mit dem heutigen stream weitergeht und wann dann die stimmung kippen wird wenn er nach mehrmaligen täglichen streamen nicht mehr die gleichen geschenke bekommt und die gleichen barne rein fließen wie wenn er mal eine woche lang weg war denn sind wir mal ganz ehrlich das kann mir jeder schon absehen dass das genauso kommen wird naja okay wir lassen uns mal überraschen und ansonsten sage ich jetzt schon mal vielen dank fürs zuschauen macht wie gesagt ordentlich radau auf allen den kanälen und bis zum nächsten wieder sage ich medel auf meine freunde